So, jetzt sind wir los. Jetzt sind wir hübsch unter uns. Erwarten Sie, dass wir uns darüber freuen? Naja, in der Sauna wär's schöner. Oder in der Haschdiele. Ich habe Hunger. Auf Liebe? Ich finde weder Sie noch die ganze Situation witzig. Ich dachte, Sie können im Rahmen Ihrer Erpressungseinfälle vielleicht dafür sorgen, dass man uns etwas zu essen bringt. Damit Sie uns irgendwas in die Fressalien mischen. Nee. Ich bin vielleicht nicht witzig, aber so blöd wie Sie meinen auch nicht. Ich bin vielleicht nicht witzig.